In Deutschland feiert man natürlich Karneval. Als Hochburg, das heißt als größte Stadt und als Ort mit dem meisten Karneval, gilt Köln. Am Rhein in Köln, Düsseldorf und Mainz heißt der Karneval Karneval. Im Süden Deutschlands wird er anders genannt. In Bayern nennt man den Karneval Fasching. In Baden-Württemberg wird er Fastnacht genannt. Besonders wichtig ist in Nordrhein-Westfalen, in Köln oder Düsseldorf der Umzug am Rosenmontag. Er ist besonders groß und sehr, sehr viele Menschen kommen dorthin, um ihn zu sehen und um zu feiern. Sie kommen oft verkleidet. Im Süden Deutschlands ist dieser Umzug kleiner und er findet auch oft am Sonntag oder auch am Dienstag statt, also nicht am Montag. Während man nun diesen Umzug sieht, sagt man meistens Helau. In Köln allerdings sagt man nicht Helau, sondern Alav. Kölle, Alav. Am Rhein in Köln und Düsseldorf, aber auch am Main in Mainz werden bei einem Karnevalsumzug viele Süßigkeiten aus einem Wagen geworfen. Die Kinder heben diese Süßigkeiten natürlich auf und sammeln sie in einer Tasche. Aber nicht nur Süßigkeiten werden geworfen, sondern auch kleiner Schnaps, wie Beispiel Jägermeister oder Kümmerling. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib mir, was du noch für Videos sehen willst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.